Sie bleibt sich treu, so feiert die Katze ins neue Jahr. Gemütlicher Familienabend oder Megasause? Das neue Jahr ist gestartet und so ließ es sich natürlich auch Daniela Katzenberger, 31, nicht nehmen, mit ihren Liebsten zu feiern. Kurz vor der Silvesternacht wendet sie sich noch einmal mit lieben Worten an ihre Fans und bleibt sich dabei gewohnt treu. Was war das wieder für ein krasses Jahr, und wie schnell es flog und an mir vorbeizog, versucht sich Dani auf Instagram im Reimen. Silvesternacht 2, und Mann Lukas Korterlis, 50, zu seiner Familie, wo alle gemeinsam gemütlich bei Käsefondue das neue Jahr willkommen hießen. Schaut man sich die Schnappschüsse des Katzenberger Korterlis-Clans an, scheint es ein witziger Abend gewesen zu sein. Auch die zweijährige Sophia kommt nicht drumherum und bekommt von Opa Kosta Korterlis, 73, ebenfalls ein Silvesterhütchen verpasst. Was haltet ihr von deines Reimversuch? Stimmt ab.